Unsere Siebdruckabteilung verfügt über vier Siebdruckmaschinen und etwa 300 Siebe für die Produktion von 800 bis 1000 Standardverkehrszeichen pro Tag. Auf 1 Meter bis 1,40 Meter große Siebe wird eine Lasurfarbe aufgetragen, durch welche die Reflexion der Verkehrszeichenfolie weiterhin sichtbar bleibt. Mit Hilfe eines Rakelgummis wird die Farbe dann durch das Sieb auf das Verkehrsschild gedrückt. Bei diesem Druckverfahren muss jede Farbe einzeln aufgetragen werden. Bevor eine zweite Farbe zum Einsatz kommt, muss das Schild zuerst mehrere Stunden zwischentrocknen. Die Siebe werden nach dem Gebrauch in dieser Industriewaschmaschine automatisch gereinigt. Falls neue Schildmotive erforderlich sind oder die Siebe abgenutzt sind, werden diese in unserem Hauptwerk in Beuter hergestellt. Über Nacht trocknen nun die fertigen Verkehrsschilder in dieser Trockenkammer und werden am nächsten Tag in unser riesiges Verkehrszeichenlager eingelagert oder direkt an unsere Kunden versandt. Fuhrlauchliche Röger Böbeln Ausbeziehungsweise 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 Vielen Dank.